Das ist ja wenig, dafür, dass manche Leute einfach so ankommen, die jetzt so, ja, aber spontan gucken. Gibst du 50 Euro raus, dir heute aber ein bisschen durchziehen, ne? Ja, ja. Sind wir Grom? Ja, so. Grom. So, kurz für euch, für den Prolog, um uns zu wissen. Ja, geht los, wir sind Amerikanskis und fahren zum kleinen Dorf und sprechen da mit dem Bürgermeister, also Bürgermeister ist eigentlich ziemlich viel gesagt für unsere Verhältnisse, halt dem Vorsteher da und ein Team von uns ist schon da, also wir fahren jetzt einfach recht da rein und guck mal da, was abgeht. Ja, das ist erstmal so, Prolog. Okay, dann, dann, Polish Grom. Hm, denkt an Funk, Leute? Oh my god, das 115. Symbol. Das ist das Bild. Oh my god. Ich sehe es nicht. I see you are awake. Ich sehe es auch nicht. Also hier der Fahrrad hat den Fahrrad. I was told you were caught. Äh, ich hab mit hinter uns ist nichts auf der Straße. Willst du einer von uns abfahren oder, weil wir sind nur sechs hier? Ja, ich fahr. Okay, okay, ich fahr mich sicher, ob das eine KI ist und dann fehlt uns einer. Weil du fährst ziemlich KI. Ich hab mir keinen Fühl. Ja, ich hab auch noch keinen. Noch mal One-Straps dabei, dann kommt die, amix sie, wirklich. Wir sind gerade, das ist gerade für mich irgendwie so der Anfang von Skyrim, irgendwie. Ja. Oh, you are awake. Okay, dude, you're finally awake. Oh, fuck, das ging schnell. Anschlag. Ein Ausfall. Ich hab gerade schon raus. Ich hab gerade schon raus. Achter uns, die Jungs, die Militärten, Osten über ... Äh, eigentlich gerant. Osten, eigentlich gerant. Okay, dann war HOK. Hinter dir. Achter. Ey, der Ausfall da draußen ist, äh, klar hier. Ah ja, bin in den Weg. Achter, ich hab' den Liste. Und hier ist keine Fuß. Ich hab' mir keinen Hochaufsdach bekommen. Haben wir uns getrailt oder so? Äh, ich hab' ihn noch weggemacht, aber der hatte schon, glaub' ich ... Markplatz, Markplatz. Ich zieg' uns rein. Hallo? Nach Balkon? Sind wir alle da noch? Ja, oben aufm Dach, aufm Dach. Lied aufm Dach mit ... Komm' hoch. Okay, weiter. Also, ich komm' hoch. Okay, ich mach' los. Okay, gib' mir Deckung, ich mach' den. Von wem ist der grüne Smoke? Genau. Kannst ihr unten mal Ausschau halten, ob ihr Tom findet? Der ist, glaub' ich, ausgefallen. Ich suche. Ich versuch' hier mal vom Dach aus so'n bisschen Overwatch zu behalten, aber ... Keine Ahnung. Äh, Blurrier Fischer. Ich glaub' wir haben wieder Gasangriff, oder? Ja. Okay, Luft allein, Jungs. Oh, die Musik hat mir das Handvoller, warte. Aufsicht! Okay, wir haben einfach zu behergottet mit dem Lico. Das find ich, weil's abgefallen ist. Oh! Oh! Ich fand das hier gerade an meinem Hals so ein bisschen fest. Ja, ihr versteht mich, oder? Ja, ein bisschen. Okay, dann lass ich so meine Halskette gerade gewickelt. Ja, sind wir jetzt hier im Gulag oder was ist hier los? Nee, also wir sind jetzt in Polen und jetzt gehen wir aber zum Briefing, würde ich sagen. Ach, das ist der Pone, Junge. Ah, das war von letzter Mission, wo du nicht da warst. Okay, ja, ich hab's gerade gecheckt. Komm, wenn du die Unit drin hast, dann macht der dir so ein Unit in Siegen, ja. Ich weiß. Ja, dann kannst du auch noch die Flage überschreiben. Okay, was jetzt, Jungs? Ja, dann komm mal mit. Rühren, Männer. Ja, gut, ganz gut, das bin nur ich. Oh, dir geht's aber gar nicht gut. Aua. So, wir sind hier. Deine Team schült da einfach mit der Maske. Ja, Mann. Wir haben nichts am Leiden. Ah, der. Da, hier ist der Tag-Support. Ist der Tag-Support? Oh, ich hätte fast Gary gerückt. Okay. Ich will da. Warum bin ich der einzige hinten, Junge? Guck mal. Ich hab noch nie mehr Respekt davor als ein General, der auf drei Holzpaletten steht. Ach, scheiße. Also, ihr habt jetzt noch keine Map, aber kurz zur Lage, was abgeht. Wir werden gleich in einem Nachtauftrag zu einigen Stellen fahren. Wir haben von diesem Iron Face einiges mitbekommen, dass die Feinde immer weiter Gas einsetzen. Letztens wurden Amerikaner von uns in einen Hinterhalt geraten und wurden dann auch vergiftet. Und denen geht es halt gar nicht so gut. Viele davon sind schon verstorben. Manche, ja, habt ihr ja gerade gesehen, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Ja, die Aufgabe wird es gleich sein, seht ihr dann auf der Karte gleich, mehrere Stellungen bzw. Gebiete einzunehmen. Das ist relativ selbsterklärend, steht da alles. Und HPTs zu finden oder Infos zu sammeln und, ja, einfach soweit die Feinstellungen, wo Gas oder halt irgendwie die Produktion vermutet wird, zu vernichten. Ähm, die polnische Grom wird das übernehmen, weil die hat jetzt auch Bock damit zu mischen, der erste Teil. Nee, 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 weil wir in Polen da aktiv für ihr sind, wa? Das wollte ich gerade sagen. Ja, im ersten Teil ist die ganze Scheiße in Polen das erste Mal aufgetreten und, ja, die finden es natürlich gar nicht so geil, dass in ihrem Land da irgendwie so halt verbotene Chemiewaffen eingesetzt wurden und, ja, die wollen der ganzen Sache natürlich auch auf den Grund gehen. Äh, was jetzt Phase ist. Und deswegen haben die ihre besten Männer geschickt, um jetzt da mal ein bisschen aufzubräumen. Was machen wir? Was machen wir? Zuhören und hinsetzen. Drum sind wir hier. Das klingt, gestern war ich Lasertag-Spielen, das klang ja eh nicht. Ja, die komm ich nicht wieder hoch. Ich geb dann hier einmal Ausrüsten beim Waffenmeister. Ah, das ist schön. Ich geb mir jetzt einmal hier den Juggernaut. Halt noch hinter. Was? Hey. Der Flyer. Ja, dann. Was war ich jetzt, ähm, Thomas? Operator Support. Operator Support. Ja, wir sehen schick aus. Oh, V90. Boah, nice. Entschuldigung, V90. Wie absolut geil ist das denn? Okay, haben alle ihre Equipments. Dann ist es einmal am besten noch alles einstellen, die Funk einstellen nochmal. Na, stimmt. Danke für den Hinweis. Ausrufverzeichen, Ausrufverzeichen, Prozent. Hi. Enter. So, hast du eine Frage? Test test. Irgendeinen Report? Ne, wir haben den Richard Hillbird, der uns dann absetzen wird. Wir haben den EVEC-Heli, wir machen das alles bei Nacht, also ein bisschen Stealth hier unterwegs. Und, ja, auf der Karte sind die Ziele überall gründen, natürlich noch Zivilisten sein, aber es ist hauptsächlich alles ziemlich feindlich. Ähm, ja, du siehst ja auch schon die Ziele. Die erste LZ, also wir fangen unten an in Sagun und danach fliegen wir dann weiter zum nächsten LZ. Ah, warte mal, jetzt habe ich eine Dings, wo war denn mal, wo starten wir? In Sagun starten wir an der LZ. Ganz ganz unten. Und dann werden wir weiter fliegen, nachdem wir das gesichert haben, den Ort, um irgendwas gefunden haben oder auch nicht. Und dann zum ehemaligen Flugfeld, genau, das ist ein kleiner Flughafen. Und dann das letzte ist dann so ihre Hochburg, sag ich mal. Also dann erstmal die Mörser-Stellungen, die auch abgefeuert wurden, um das amerikanische Team platz zu machen. Ja. Okay. Roger. Okay. Let's kick Aces. Ja, gut. Klar. Okay. Okay. Oh, nur die vom Netzwerk. Oh, das ging aber schnell. Zum Schnell sind wir noch nie mit Melee geflohen. Oh. Das war ja mal, ich bin mir eigentlich wirklich. Nein. Okay. An einem Ohren schnippst du rein, reinstehen! Auf dem Boden 80 sein Fuck check Ja hör wir dich Alle auf dem Boden Fahrzeug Da kommt noch einen Sporters hinterher, oder? Wenn nicht, dann noch mal Dings kurz deaktivieren Wieder aktivieren Weil er nach sich gerät Gut Alles klar, alles Fahrzeug passiert Äh In die Richtung Vormitteln Wo ich von 1650 Erstmal eine Ausstellung mache Erster Mann wird natürlich der Breacher sein Dahinter der Support Operator Dahinter das MG Dahinter ich Und der Medic geht als letzter Der war Breacher? Der EOD Der EOD kommt auch Ne, der EOD geht als letzter Der EOD kommt auch mal nach vorne FG ist dran Okay, sag den Start wenn ich gehen kann Moment, ich will erstmal gucken wie wir jetzt hier reinkommen In das Gelände Wir werden Uns in den Compound erstmal vorsetzen Dann mache ich mir erstmal ein Lager Also zur Linken in den Compound vor uns Absetzen Dort vorrücken Ich hab auch ne Leiter ne? Ja Melvin Lass ihm Bescheid Wenn du irgendwas siehst, wo man die benutzten Könnte Wenn es Sinn macht Das ist ziemlich oft Wir gehen direkt hier rechts vorne an den Compound erstmal Wir drücken auf den erstmal drauf zu Direkt den Compound weiter vorne Ja Den nehmen wir ein Und suchen von dort aus dann Also überschauen das Ganze Was meinst du den hier? Genau den rechts vorne Den hier Okay den Okay, kann ich gehen? Ja B90 können auch zwischen Licht und Laser umschalten Das ist einfach mit Steuerung, ey Okay Siehst du oben ob Licht oder Laser Ja Okay, Achtung Fahrzeug kommt aber wieder los Abfahrt Rüber Zwei geht Geht hoch Ja Als das Fahrzeug gepanzert ist Der Operator sofort hat Ehh Ehh M270 Schon gesichtert D- X- T- 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 G- Achtung Ehh Faltkontakt W270 U270 M270 M370 M270 Das ist ca. keine 100 Meter Ich glaube, der wird auf uns aufmerksam, wenn wir zum Haus gehen Wir könnten hier von zwei Richtungen mindestens eindringen, hier gibt es einen Seiteneinbruch Fahrzeug fährt auf uns zu Und? Okay, lass mal hier in die Seitengasserei Ja, Achtung, jetzt mal in die Seitengasserei Wir gehen auf hier weiter Wir sind haben hier, Jackie Vielleicht noch was übernehmen Wir gehen hier weiter Weiter, weiter, weiter Kontakt voraus In der Hütte In der Ruine Okay, Moment, lass es eine 416 machen Ja, ich seh'n Lass es eine 416 machen Jo, jo, ich warte Okay, warte, überspringen wir euch Hütte voraus, ja? Ah, ja, hab erkannt Da ist er, versteh'n Ausgeschaltet Jetzt dann ausgeschaltet Jetzt rechts um die Ecke solltest du vielleicht noch den zweiten Kontakt sehen, den ich da eben aufgeklärt hatte Ja, bestätige das aber unter dem Baum Okay Soll ich kurz kreuzen? Ja, bestätige Okay Ich würde Feuer erwidern Achtung, noch weiteres Licht Fahrzeug könnte weiter fahren Okay, weiter rüberspringen Eins und zwei Drei hinterher Drei hinterher Schön gedockt mit einem Leute Auf der anderen Seite Kleiner Bungalow, linke Seite mit dem Feind auf der anderen Seite Wo hast du die Lichtmässe im Heck gesehen? Geh' ich sicher, Hütte? Dann Schrauge Sicher? Keine Grausen bleiben Kein Durchgang? Sicher, nein, kein Durchgang Achtung Ein-Mann-Patrouille auf 208 Geht aus Hinter der Ruine, wo Feind ausgeschaltet wurde Ein-Mann-Patrouille-Arkan voraus 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 Von links nach rechts U20 Ja, Patrouille voraus Ein-Mann, oder? Ne, zwei-Mann Ich check kurz rechts rein Weiter Mann, aber ziemlich großer Abstand Wir nehmen Keine Sicht auf Kontakt Doch, hinten einer Oben auf 270 Ich glaub' ich hab'n Tacky voraus Vorsicht mit dem Feuer Ich hab'n Tacky voraus Alles gut Vier Scheinwerfer seht die Direktion ihr seid Wie viel Meter entfernt ist das Tacky? Äh... Keine Ahnung Ist das schon Danger close Oder weit genug weg? Ja, wenn er zieht Dann haben wir kein Problem Ja, ist das Auf 250 Na? Was ist das? Auf 250, korrekt Feindkontakt hinten in... 270 Ausschaltbar Ich würd' sagen, wir ziehen weiter, oder? Ja Definitiv bei Deckung bleiben, das tut's ja offen Geh' weiter, die Mauer und dann Müssen dann aber gleich nach rechts einstecken Die Gebiete ist auf der rechten Seite Ich würd' die... Drei-Mann-Pastole oder die Bühne sind auch Aber... Also die, was vorbeimann steht Die würd' ich gleich beim nächsten Mal abpassen Ja, gute Idee Geh' mich dicht fürs Feld Ja... Achtung, in Deckung bleiben Die kommen wieder Okay Setz mich an die dritte Stelle Ja, leg' mal rüber Dass wir ein bisschen spacen können Und Metal, Leute auch Rüber links an die Wand Oder leg' euch in den Graben rein Ja, da kommt jetzt... Komm gleich Feindkontakt Von rechts nach links Und wie viel sind das? Die haben ziemlich... Ich glaub drei Personen 2 oder 3 Personen Achtung, runter Ja, runter Ja, die haben ziemlich großen Abstand Okay, Taggy's weg Ich steh' wieder auf Ja, Taggy's auch bemann mit dem HMB Ja... Kommen sie Auf keine Sicht Gehen aber weiter hinten lang Ja... Tor so erkannt Rechts nach links Bewegung Von mir aus 225 150 Meter Oh ja... Zu weit weg für mich Da haben wir 416 maximal Problem ist, die haben zu weiten Abstand Ja... Ja... Dann kommt der zweite hinterher Ansonsten geduckt einfach Rechts an der Mauer entlang Kasten Die 416 und dieses NG bleibt rauf Also Metal, Leute, Charlie, gehalte Haltet die im Auge, ja Das ist jetzt nicht gleich links Und direkt Kontakt Direkt Kontakt, halt aus Muss noch nicht vermelden Doch, seid in Combat Stands, oder? Ne, drehen bei Achtung Auf 12 Uhr, eine rote Patrouille General Kontakt, zweite Patrouille kreuzen sich jetzt gleich Wir haben jetzt gleich durch den Kontakt hier Ich bleib erstmal hier Äh, Melvin, Marc, ihr guckt ob ihr vorne weiterkommt Hallo Ihr guckt ob ihr vorne weiterkommt Wir haben jetzt gerade noch Also die 2-Mann-Patrouille kreuzen andere 2-Mann-Patrouille Jawohl, wir sind sicher in der Sonne gehen weiter Wir schalten die vorderen gleich aus, ja? Ja, ich hab so einen Blick Ich kann nicht wirken Beide ausgeschreckt Beide ausgeschreckt Haben die beiden aufgeschreckt Ich verlieh Ausgeschreckt Kann nicht wirken Hast du den? Ausgeschreckt, beide ausgeschreckt Ja, ich hab ihn Ich hab ihn Möglichkeit hier Übers Feld weiter vorzurücken Ja, Moment Wir haben beide mit Patrouillen ausgeschaltet Wir ziehen jetzt nach Langsam vom Haus zu hoffen In welchem Haus befindet ihr euch? Wir sind uns in Sichtweite knapp 20 Meter Ah, erkannt, erkannt Wir gehen zu euch auf Ja, wir gehen sicher Wir sichern in der Zwitte vor Und die Tür ist offen Deswegen Vorsicht Besteht die IG da rein Wir gehen links von euch an den Mauern Entlang Der Feinkontakt muss hinter dem Gebäude irgendwo stehen Das ist hier die beleuchtete Gegend Hütte Sicht Hinter der Hütte eventuell Feinkontakt an der Mauer Kommt das Licht, hä? Irgendwo ein riesiger Schein einfach Haben wir da erkannt? Hm, ne ich erkenne nichts Gleich hinter dem Haus irgendwo, ne? Aber es könnte auch eine Straßenmauer sein Ja, wir taten jetzt hier hoch Ja Ähm, Feindliche Patrouille Auf 30 Kampfstellung 30 ist rechts unten? Ja Ich hab ja ein Visier Die sind auf jeden Fall alarmiert Wie viele? Mindestens zwei Keine gute Sicht Verstanden könnt ihr nicht mit welber draussen? Wenn wir uns weiter runter bewegen, ja 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 Ja, das Fahrzeug was da so leuchtet Das ist ein Geländewagen Ob da hinten einer drauf ist, kann ich nicht sagen Das ist verdeckt Aber wir könnten uns mal rankassen Aber wir könnten uns mal rankassen Marc, Melvin, wenn ihr uns nicht gesehen habt Kommt mal in unsere Richtung weiter Und springt dann an das eine Haus Ihr müsst zu hinten rüber rumgehen Wir haben hier nen Truck Der leuchtet uns gerade ein bisschen Alles aus Nachbereich Ausgeschaltet Da wundet er? Keine 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 Alle wundet Marc, Melvin, ihr seid Bravo Breaching Team Der wusste gar nicht wie ihm geschaut Kam die überhaupt her? Da ist das mal aus der Wand gegangen Ne, da ist die Trittwoche unter der Ecke Gute Also Bravo, dann äh Macht mal Laser Äh, macht mal Nachtsicht Läser Ja Lauf, Rattel, oder? Sollen wir an den Helden, an Soundsranger? Vielleicht an die Luft unserer Position Ja, bestimmt, den Gerät blockiert Haben einen Rattel hier ausgeschaltet Beide ausgeschaltet Fahrzeug, Licht, Akan Geht hier rechts Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Äh Einen ausfallen Es kommt gerade Einer von euch erschossen Der sah nicht nach Äh Ein Mantelträger aus Naja, Lied ist down Okay, wir kommen kurz hoch Wir ziehen hoch Baro zieht hoch Georg, du schaust da Oder zu dir auf Keine Luft weiter runter Ich schaue die Asyl, zum Westen Ich schaue die Asyl, zum Westen Flinkflop Fein vernichtet Fein vernichtet Fein vernichtet Alter, warum mache ich hier eigentlich nicht? Hast du gerade aufgefallen? What the fuck? Ja, ist gut, dass er wieder fit Okay So, Lied wieder da Wenn der Medic noch eine berufstehende Phase hat Heiße Warum habe ich jetzt einen Flashlight Wechseln? Wie geht das eigentlich? Wie geht das bei RAS? Dass man auch von Flashlight zu Laser wechseln kann So, beim BW-Mort bei dem Laserlicht Fein vernichtet Fein vernichtet Ist das Steuerung? Okay Bei dem anderen nehmen sie das andere Keine Ahnung Ich würde noch darauf hinweisen Es gibt noch eine Mörserstellung Die wir zerstören müssen Nicht, dass die uns noch unter Beschuss nehmen Ja Wo? Äh, nördlich von dem Dorf hier Naja Der ist relativ zertraggelegen Ich würde sagen, wie geht es mir? Wie geht es mir? Weiter vor? Ja Geht doch schon wieder irgendwelche nach Und die Sternen dann am links ein Das liegt dann am links ein Weil das Dorf scheint hier auf die Ecke Dann passen wir uns nicht am RAS Na ja, das ist mit dem großen Dreisegten vor der rechten Da sind wir ja vorbeigegangen Ja, waren wir sicher? Also müssen wir jetzt noch auf die Ecke Die Sachen drücken Und dann ziehen wir links rüber, korrekt Und dann ziehen wir links rüber, korrekt Schütze oben auf dem Dach Nein, weil Und wir können unten halten Wir gehen näher rein Das war die Munition Meinst du das Gebäude auch? Achtung, hier rechts vorne ist noch irgendwelche Taschenlampe Seht ihr? Ja Richtig in die Richtung Alpha wird da ein Auge drauf halten Bravo versucht sich jetzt hier ranzutasten Wir gehen jetzt ab hier Dort an den kleinen Compound Und werden uns da ein bisschen weiter vortasten Schütze oben links wird gleich ausgeschaltet Und rechts die Taschenlampe Äh, Schütze voraus Kann man auf die Sechne ausschalten kann Wo? Der oben, ja? Wo? Wo? Ich vor mich laufen Na ja, was mit dem Laser natürlich Hast du scheitert? Weiter Schütze zur rechts Ja, wo wir gehen weiter Alpha geht dort lang Wiederholen Rechts ist oben in der Taschenlampe Wicke dich Da das schon wieder in unsere Richtung Sollen wir rüber gehen? Ja Ja, wir stehen hier nach rechts Wir stehen rechts Wir stehen rechts Achtung, in der fein nahe Bereich ist irgendwo wo Taschenlampe Noch vier hinter dem Körper Ja, wo ich ziehe rüber Okay Ich bin unter dir Ich kreuze Kreuze Okay, sicher Hütte Nichts Okay Sauber Vorsicht Wir kreuzen An die Jungs, sie schießen Wir kreuzen Nach links oder was? Nach Westen? Ja Rechtfahrt, klar Okay Da gehen wir raus So Leute, kurze Info an alle Ähm Ich hab da was ausprobiert Es könnte sein, dass die Feinde uns hören Wenn wir neben denen sprechen Also müssen wir ein bisschen aufpassen Nicht zu nahe neben den Feinden zu sprechen Ja Habt du Schütze noch hinten am Haus? Da oben ist ein Tacky, kann jemand ausschalten? Äh, Tacky hin? Ja, das ist im Fall Ja, das ist im Fall Wo ist da oben? Mein letzter markiert Ah ja, das ist Kaliber 50 Seht ihr das da oben? Ja, kann Können wir mich drücken? Ähm, Meldung an Lee 311 311 Scheint ein Kompau zu sein Ich weiß nicht, ob dort äh Tatsächlich In Anführungszeichen Was gebaut worden ist Von den An Unterständen Und sowas in der Art Könnts ja mal kurz angucken Schütti Wir haben ja auch noch einen Tacky Eventuell mit Garde umdruck Was siehst du mal? Hier Kompau an rechts Weiter nach rechts Und dann flankieren Da hast du ein Öl gedrückt Weiter nach rechts, jawohl Mal ein bisschen nach rechts Weil ihr könnt auf die Entfernung Hier nicht wirken Oder einfach ein bisschen Auf der linken Seite Und dann zu den beleuchteten Kompauern Jawohl Wir sind sicher nach rechts Die beiden Kompauerns Ich würde sagen Wir machen nur Probesicherung Nicht reingehen Ja Farbe Ja, warte Wie weit vorgerückt? Kompauern Ok, weiter nach links bitte Kompauern dort raus Rechts ist außerhalb des Gebietes Verstanden Jawohl, wir ziehen drüber Ich habe einen Laser markiert Wo wir jetzt noch zugehen Ich habe einen Laser markiert Wo wir jetzt noch zugehen Scherding startest Ich bin ja dran An Melvin und Mark Du bist aber nicht bei Bravo Du bist bei Alpha Da habe ich dich mitbekommen Die Puppeinteilung Hast du dich durchgefunden? Ich habe nur gesagt Mark und Melvin sind Bravo Ok Wir bräuchten vielleicht einen Mit einer Waffe Die weiter schießt Ich habe gerade einen Der sich hingelegt hat Chat Ok, wo bist du? Kommt erst mal zu uns Wir haben hier gerade Achso, wir können hier runterkommen Ich dachte ich wollte jetzt Von hier aus wo mein Laser zeigt Auf den Kompauern zu gehen Wir halten den auf jeden Fall im Auge Und wechseln dann durch Wo genau? Ok, wir kommen zurück Ich sehe, ich sehe Ich habe Strobo-Lichtsafe auf dem Kopf Ich habe Strobo-Lichtsafe auf dem Kopf Na, warte bitte Die stehen bleiben, MG ist pressing fire Der Rest ist überquert Erstmal runter in den Bein vermischt Bein vermischt Schuss von Ausgeschaltet Ausgeschaltet Lachen MG nachrücken Einfach kümmern sich um rechtes Beude und um Fahrzeuge Entry Zwei Kontakte voraus Schweres Feuer Sind auf einer kleinen Erhöhung Ihr seht wahrscheinlich die Leuchtspur Von dem Markus Da drinnen im Gebäude Rechts, rechts, über dir Rechts In dem Fenster da Down, down Schweres Feuer Schweres Feuer Schweres Feuer Malvin hat die Opfer Jawoll, jawoll Smog ist raus Ich bin überdeckt Ich will M- H-M-G ist einfach erhöht Wir müssen gucken, was irgendwie vorkommt Ach du, das ist eine Lache Von jetzt ist er den doppelstöckig Ok, ich habe M- Ich ziehe jetzt in Sicherheit Was ist gut denn das H-M-G? Nee, ist nicht Kann aber auch sein, dass du das Speer Feuer wirklich getroffen hast Keine Ahnung Ok, wir sind außerhalb der Gefahr Mark ist schwer verwundet, bräuchte Medik hier Medik rüber zu Kannst nach hinten durchlaufen Und dann nach rechts hinter dem Haus Da müssen sie sein Check Medik unterwegs Rechts müsste jetzt irgendwo ein Schütze sein Der hat Schütze einfach Wasser schaltet Fahrzeug gleich sichern Aber ich würde das H-M-G Das H-M-G muss da im Lichtkreis sein So Erzähl Oder hier auf dem Gebäude Aufhören, aufhören Aufhören, aufhören Schütze auf dem Balkon, ausgeschaltet, Schütze kommt die Straße hoch, 2 Schütze, 1 ausgeschaltet, Scherding, Kopf runter, Kopf runter, oh man, Tom ausgefallen, Scherding ist gut, Tom ausgefallen, Scherding ist gut, Tom ausgefallen, Scherding ist gut, wir haben den Schützen weiterholt, zu viel Licht. Jawohl, Marc ist gleich wieder, da kommen wir zur Unterstützung. Scherding hat nur einen Kopfschuss bekommen, Tom buckt da irgendwie rum, der jetzt mal wegtau, nicht dass er die ganze Zeit stirbt, noch mehr Damage gassiert, oh Junge, zugekommen, auch nicht Schutt. Okay, ich glaube, beide wieder hoch, guck mal, der ist irgendwo zwischen uns ein, also wir sind da erhöht auf so'n Gebäude. Ja. Ja. Wir sind direkt unter Beschussgeraden. Ich hab leider nur Licht und meine beiden Kumpanen sind ausgeschaltet. Okay, okay, wir finden den Weg, wir finden den Weg, wir kommen. Ja, Feine müssten unten irgendwo noch sein. Ja, wo habt ihr die Leuchtspur gesehen? Was könnt ihr euch denn vor uns? Hm. Kommt uns wieder da. Racer mal nach oben, Racer mal vor. Und kommt unten halt. Blake, komm. Ja, noch da, noch da, noch da. Ach. Ich kann bei Shining somehow keine HLW machen. Habe ich die etwa schon gemacht? Nee. War der gut, war der gut? Ach, du machst gerade. Das Fahrzeug? Wir hören euch, Audio-Kontakt. Jo, jo, jo. Mit dem Fahrzeug, ich glaube, da ist irgendwo ne Taschenlampe. Direkt unter uns. Führ auf, sei hier. Achtung. Hinter uns. Nachschlitter oder Schicksal. Ausgeschaltet. Beide Schütze ausgeschaltet. Seid ihr auf dem Dach irgendwo? Ja, wir sind ja oben. Okay, okay. So, wir brauchen noch was. Wir bleiben unten, wir bleiben unten. Alles klar. Wir haben zwei Fahrzeuge dort unten, und da ist auch noch ne Taschenlampe. Ich werdfüß mich mal wieder. Okay, komm doch hoch. Ja, lass mal noch ein bisschen hoch. Okay, soll mal hoch, das ist glaube ich ne Übersichtsverschaffen, hat er gesagt. Ja. Da wo? Warum ist hier so hell, Alter? Wollen wir mal kurz so aufzuschießen? Ja, weil der Hauptfahrzeug ist es. Äh, dort wo der Laster ist, der Truck, das und das. Ja. Ja? Also dort und vorrücken. Warum kann's schon abgehen, soweit wir ready? Könnt ihr die Land kaputt schießen, oder? Ja, von dem Fahrzeug, weiß ich nicht. Sollen wir vielleicht das M2 hier nehmen? Aha. Äh, ne, 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 bitte nicht. Das macht das. Äh. Schernik, du hast grad noch mehr Zwittelfahrtabrecht bekommen. Ah, nice, danke. Okay, die Resten sind dann wieder unten. Bravo, kann ja abdrücken soweit, ready. Jawoll, wir gehen runter. Geben Mark, weiter geht's. Einfach unterstützt euch. Links lang und dann dahin, ne? Ja, genau. Und dann gehen wir runter Richtung, äh, 80, 90. Ja gut, dann mach's. Ja gut, dann mach's. Naja. Kleiner von euch hat hier einen richtigen Laserpoint. Mhm. Mark hat einen richtigen Laser. Bitte? Du hast einen richtigen Laser. Die in den Ruten. Achtung, Fein! Ausgeschaltet. Ne, er hat sich hingeduckt. Bei 78. Da wo die Planen sind. Einfach mitkommen. Hier runter. Geducht so links, möglich. Kontakt zu rechts, schön an die Bandkusche. Und nochmal Steuerung und dann nochmal S drücken, dass er nochmal da drückt. Okay, wir hatten die Möglichkeit jetzt einzurücken. Oder sollen wir weiter außerhalb? Verstanden. Ihr habt dort irgendeine Überhängsel oder so einen Plan. Ja. Da ist ein Feinkontakt, der hat sich gerade hingeduckt. Okay. Wir kommen zur Linken. Wir kommen zur Linken. Ich bin mit dem ersten Ruf. Äh. Markiert. Wir haben zwei Kontakte ausgeschaltet. Der dritte Feuer noch zurück. Verstanden. Ja. Ich bin in der Zwischenabau. Achtung. Ein Ausfall. Mark, lebst du noch? Ich lebe noch. Wir werden ausgefahren. Okay, wir werden ausgefahren, ja. Schuss kam aus Richtung 100. Verbunden halt. Das hört sich nach einem Job für mich an. Wo ist er denn? Ja. Ich sehe ihn nicht. Okay, also ich... Ach so, der sitzt am Haus, der sitzt am Haus, der sitzt am Haus. Hier rechts. Oder im Haus. Da war er hin. Ami. 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 Martin. Hat einer schon in dem Haus hier nachgeschaut? Schau mal die Tür. Er hat fein vernichtet, der war im Haus. Okay, soweit erstmal sauber. Wir gehen runter, da wo der Truck ist. Alfa sammeln Drei melden Ja wo war Alfa melden? Ja, Medic macht zur 2. Versorgung, Mark sichert ab, Alfa mitkommt Gehen wir nach Bauhaus gestaltet, ja gut Gehen wir zu den Truck Mittlere Präne Ähm, Lead Äh, hier sind ein paar Pesser Stopp, 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 stopp Das heißt nicht? Äh, haben wir Gas lassen? Ne, ne, Gas nicht Brauchen wir aber nicht, die laufen ja nicht aus, sollten wir nicht drauf liegen Aber wir sind einsatzbereit, Medic auch bereit Jungs, wir haben ja irgendwelche Gefässer Verstanden, wir rücken hart Alles klar Nicht verminimal Ja, der geht dann schlecht Schuss, ey Die wollen es echt wissen, ey Stopp, zwei Ausfälle, zwei Ausfälle Tschernik ausgefallen, Mark Ich zieh mal Ich zieh den Tschernik mal, hier hinter den Eltern Geht's dir gut, Mark? Brauchst du gut? Äh, ich hab schon selber, glaube ich Oh, ich brauch Maufhelm, sehe ich gerade Ich hab gar keine, ich hab gar keine Bandage mehr Ja Crazy, okay Wollen wir es euch gerade machen? Ja, ich brauch mich machen, Alter Alter, die hast ja ins Gesicht gefressen, Junge Gut, komm, dann machen wir das In deine perfekte Fresse rein So Der Rest sollte Funktionieren Was ist das? Das Licht? Nein, das ist dunkel Du bist doch tot Jürgen Jungs, äh, Fässer gefunden Wir sammeln uns da gerade Die sind hinter der Ladefläche vom LKW Ja, bin wieder einlassbereit Da bei den, bei den Segeln Wir brauchen kurz sammeln Äh, nachladen Gucken, ob wirklich Keiner hier nicht so weit mag Die sind so schön Kannst du mal den Lidl rufen, wenn du willst Ja Der wird irgendwo landet Der hat sich vom Flughafen auf den Müssen Der Lidlbird oder der Ivec? Naja, der Lidlbird Lidlbird Okay, wo sind wir gerade? Unten weiter, wa? Unten, ja Cool, dann mach ich die Straße Im Süden Direkt hier Okay, äh, Entzelt ist markiert Wir beziehen dort in Stellung Und da liegen liegen Bis der Lidlbird eingetroffen ist Richtung 131 Ich brauche aber übernimmt die die Spitze Verstanden Start von hier Am Eingang Ich bin der mit dem hierher schnauert Der immer so ein bisschen blinkt Wie so eine 737 Hier nach rechts, ne? Hier nach links? Äh, nach links, genau In die Richtung 231 Ja, das geht's Da ist der Wärmparkier 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 Audio zu Heli Ok, Kontakt ausgestellt Tommisch bräuchte ich dann vielleicht mal einen normalen Pack, weil ich kann meinen nicht mehr umsteigen. Doch nicht, doch nicht. Ah wo noch hin? Heli an, äh gleich starten. Uns gehts gut, wir haben den Dach gar nicht gefunden. Achtung wir werden außer Atem geschossen. Kontakt ausgeschaltet. Kontakt, der war noch im Dach. Ah ja. Scherik hat's gerade zerrissen, Medic mag kurz ran. Schuss, Schussbekämpfer. Ja, ich brauche Hilfe. Ja, bin dran, bin dran. Für uns nicht alle auf den verwundeten Umgebung sichern, wir haben gerade Kontakt auf den Heli Richtung 90 bekommen. Der Heli Richtung 90 bekommen. Ja, ich habe den Heli, ich habe den Heli. Ja, ich habe den Heli, ich habe den Heli, ich habe den Heli, gut. Aufsitzen. 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 Fertig, probier mal, oder irgendjemand anders, oder Tom, oder so, den Stimul ausgibt, probier mal die Teile jetzt hier zurückversorgen. Ich kann Cernix-Kopf fantasieren gerade, also wir dabei. Ja, genau. Mark, mach bitte die 460-Bagazine aus deinem Lucksack in Heli laden. Okay, Cernix sollte gleich wieder... Ich hab keine... Was willst du für Dings haben? Nein, das ist nur P-Max mit deinem Lucksack. Ich hab nur 5.7er-Bagazine. Ich hab ne Leiter. Ja. Ich hab keine Umsacke. Hattest du nicht? Alter, was macht der Heli? Es liegt, es kommt. Ich komm, ich fliege. Ich müsste der Support, müsste eigentlich den P-Max dabei haben. Ich hab ne Leiter. Nein. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ich hab ne Leiter. Ich hab ne Leiter. Mach guck mal, ich stein alleine. Ich hab dem Rohr. Aus dem Heli, die P-Max, äh, Tracer bekommen. Da bringen wir nur 2 Magazine hin. Oh shit, Richtung 300 schon. Äh, Leimann-Patrouille. Äh, Teki auch auf der Straße. Ach so. 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 Ja. Ich bin seine, das ist 50 Schuss, viel Neues irgendwie. Das sind 5.7 mm, 50 Round Max. Bist du ein bisschen leer, Mark? Nö, aber ich hab voll auch zu viel, ne? Na, ich hab auch noch 6 im Magazin. Ich hab 3. Naja, hier ist noch zu finden. Wollen wir uns nicht mal ein Phone vorstellen? Fägt nicht. Junge, heute Feiertag für die Wüstenmenschen. Regen. Das hast du aber nett inkludierend gesagt. Also am Anfang steht nicht irgendwie 5 rounds oder 70 rounds oder irgendwas, das geht sofort. 5.7 und dann irgendwann in der Mitte kommt 50 mm raus. Ah, hier. 5,7 mm Patronen an der Stelle, ne? Ich kann leider nicht lesen. Ne, da steht 5.7 mm, 50 Round Max. Ja, ja, okay. Wenn mir mal jemand sagen könnte, wie ich das umgestellt habe hier, ne? Was hast du gemacht? Ich hab bei Dings Laser eingeschaltet. Äh, von Laser auf Licht gewechselt. Hast du nicht STRG L gesagt? Ja, das ist bei den BWs, das ist bei der P90 so, bei der Vario Bay. Ah, okay. Ja, Nick. Munition? Ja, nochmal 5 mal dazu. Wird Tom? Ja, okay. Ich krieg dieses scheiß Licht nicht weg. Ich brauch einfach einen normalen Pack, ey. Bei dem BW-Mod hier bei euren ist es wirklich Steuerung, ey. Dann ist es nicht so um rechts, dass er umschaltet. Aber ich hab keine Ahnung wie ich meins geschafft habe, dass der das so umschaltet. Alter, ich hab jetzt auf jeden Fall Licht hier die ganze Zeit. Das ist nicht so geil. Oh, ich hab ne Spray Paint. Das ist ja geil. Ja. Du hast ja auch mehrere Sachen zum Breach. Die Ladung wäre natürlich etwas fetter, ja. Was hab ich denn zum Breachen? Ich hab ne Stun Gun, Nate. Warte mal, hab ich bei 1. Gleich zum Entzugbomben mit der Spray Paint. Gleich Entzugbomben. Voll mit Xen und Dreigen. Was war das? Irgendwas hochgegangen, oder? Ja. Ist ja lustig, wenn jetzt Mörder auf uns zu fliegen. Äh, ist das ne Drohne? Wie? Drohne? Ne, Flugzeug? Das ist ne... Artion A30 stürzt ab. Ja. Ok, fick den KI, ganz ehrlich. Hier eine Kiste, die die Artion A30 abgeworfen hat und definitiv nicht abgestürzt ist. Ok. Ich hab hier gerade so eine Fußplatte vorbeihuschen gesehen. Ja. 300 in Richtung Süden. Soll ich oben mal auf dem Dach da als MG Stellung beziehen? Äh, bestätige. Ja, wir haben gleich nämlich Feinkontakt. Warum kannst du mir dann noch die Dings anpacken? Den Sensor, den Pack einfach normal. D-E-Q. Wie im Schluss musst du jetzt drehen? Äh... Ich bin mal hinter dir, Cernik. Ja. Ich bin aber unten. Unten ist auch meistens immer besser. Ja, ich... D-E-Q. 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 Dort, wo ich angelasert habe den Punkt hinter der Mauer, zwei Mann Patrouille, sehr langsam patrouillieren. Wir haben auch hier hinter dem Feld, da seht ihr gerade den Kopf wieder, dort von den beiden Typen. Einmal im Laser. Ja. Und dann läuft immer von links nach rechts im Patrouille. Ja, ich hab's von hier oben erkannt, auf allen grad. Ja, da ist eine ziemlich beleuchtete Fabrik, oder was das da ist? Ähm... Manchmal vielleicht ist erfällig. Ich würd sagen, auf die Abos hast du jemanden links? Machen wir Charik und machen wir Laser aus. Charik tastet sich links über Laser vor, an die Mauer. Achtung, ihr habt Fahrzeug dort hinten auf der Straße stehen. Okay. Wechselt dann zur Not auf unsere Seite der Mauer. Dann wird Alpha rechts lang gehen, wird dann dort an die Mauer gehen. Wir versuchen uns hier vorne, die hinter den komischen Gestrüpps und die Patrouille, dass wir die ausschalten. M.G. bleibt und gibt uns ein bisschen Deckung von oben. Zur Not auch ein bisschen Sperrfeuer. Und ja, zieht dann zum Schluss nach. M.G. und Tom, ihr seid bei mir mit Alpha. Bravo, ihr könnt jetzt schon mal losgehen. Geht noch zur linken Seite. Soweit erstmal der Plan. Gucken, wie viele Kontakte wir hier haben, dass wir den Kompon vor uns erstmal sehen. Ja, ich will dann keine Feinde hinter uns haben. Ja, was hell ist. Bravo, liegt am besten mal Strobo an den Helmkappen, dass wir euch besser sehen. Jawohl, Techie. Naja, hab ich gemeldet soweit. Erstmal ein bisschen da ran und dann kannst du den mit dem M72 rausnehmen. Ich hab grad mit dem Laser markiert die Querfahrt hole, der rechts nach links. Okay, wir können... Einfach schafft gerade gute Meter auf der rechten Seite. Wir haben ja zwei Mann, zwei Mann Patrouille und machen keinen Regenwerfer, dann können wir den Techie eigentlich ausscheiden. Ja, erstmal gucken, ob Techie wirklich harte Bedrohung ist. Zur Not würde ich mir den vielleicht aufheben. Fünf Mann Patrouille, fünf Mann Patrouille. Zur Not würde ich mir den vielleicht aufheben für den Techie, das mit HMG oder so besitzt ist. Okay, wir haben jetzt eine Mann Patrouille hier im Westen. Wartet mal kurz, fünf Freiheiten, Bravo. Fünf Freiheiten, Bravo, Cernik, Status auf Patrouille. Nur schwere Einsicht, also links bei Marc, die 6-Bahn Patrouille kann ich nicht wirken. Habt ihr den ersten Marc? Wir können auf jeden Fall nicht links der Maul entlanglaufen. Wir hatten links von unserer Position ja diese Bedachung, dieses Lager, Garage, was auch immer das ist. Da geht ein Großteil der Patrouille gerade rein. Was ist denn jetzt noch? Wetter. Haben wir einen einzelnen Patrouillisten hier gerade ausgeschaut? Ja, da ziehen gerade zwei nach, oder drei, drei, drei ziehen nach. Die kommen jetzt aus Nordwesten, kommen noch drei hinterher. Verstanden, müssen an der Heusecke dann kommen. Kann Cernik da gleich mal ein bisschen, äh, Cernik Laser erkannt? Machen wir nochmal, ja, ich erkenne den Laser, aber das ist ein toter Winkel. Häuser Ecke, häuser Ecke, häuser Ecke. Das ist ein toter Winkel bei denen. Ich kann höchstens verlegen. Ist egal, du sollst mir einfach nur auf die Höhe vom Laser dann, alter, ich weiß nicht, warum es hier so leckt, wenn es mal das Licht hier wechselt. Naja, du sollst einfach nur da, wo der Laser hingeht, auf die Ecke, wenn ich es sage, dann Sperrfeuer dorthin legen. Ja, kann ich machen. Keine Anfrage, wir können mit den Raketenwerfern Techie ausschalten und wahrscheinlich ein, zwei Infanteristen mitnehmen. Äh, noch halten, noch halten. Ich weiß nicht, ob der Techie nicht überhaupt mit AMG und so ausgestattet ist, dass er überhaupt eine richtige Gefahr ist. Äh, was ist mit den dreien jetzt, die ihr noch gemeldet habt, die noch nachkommen sollten? Äh, die laufen gerade die ganze Zeit um den Techie rumrum. Okay, verstanden. Sollten wir rechts von der Mauer entlang gehen? Äh, muss kurz unterbrechen. Negativ, ihr könnt auch, äh, okay, schon. Ihr könnt auch, dann durchs Feld zu uns kommen. Okay, wir kommen zu euch, wir haben hier zu viele Kontakte auf dem Feld, keine Decken. Techie fährt los, Mg, Techie fährt los. Ja, ich verfolgs mit dem Mg, aber ich muss warten, bis es bei euch im Deck kommt, ist gerade hinter der Mauer. An Alpha, wir werden jetzt rechts der Mauer entlang weiter vorrücken. Verstanden. Äh, ich laser gerade in die Luft, wo wir gerade sind. Ja, kontakt. Mg, Techie rausgenommen. Kleriker, die Nachbarkopons. War wo beschlüsselt? Äh, wir haben gerade ein bisschen beschusst, aber es halb wird. War wo? Jungs, wenn das Gebäude sicher ist, muss ich wieder sammeln. Alpha ist. Seht ihr unsere Position noch am Geschütze? Äh, ich verfolgs gerade das Techie, Moment. Ach du Scheiß, wir haben ja richtig viel Alpha-G-Nachbiziden nicht mehr wirken können. Ja, ich komme nach. Wiederholen, Patrouille ist ausgeschaltet. Im Westen, viele Kontakte vernichtet. Ja, wir werden jetzt von einem heftigen HMG oder so. Also, ich weiß nicht, warum wir Feuer, äh, begonnen haben. Das sind ungefähr acht Pfeile im Fahrzeug und da ist noch ein fettes HMG. Jetzt weiß ich, das kann die HMG zu uns werden müssen. Okay, Börser, Einschläge, relativ nah bei uns. Äh, wir kommen es nämlich gut durch hier. Ähm, Melvin, ausgefallen. Melvin wieder da. Wenn wir dann da, wird Melvin. Einfach umläuft rechts. Ich einig bitte zu und stoßen. Laser gerade in die Luft. Ja, das sind noch ein paar Meter. Ich bin jetzt ja mal gerade bei Melvin und Mark angekommen. Verstanden. Versuch zu uns abzurücken. Wenn das nicht mehr so weit trennt. Äh, rechts umlaufen hier ist ne schlecht gedeut. Auf links an dem Hügel, da unten an dem Hügelfuß da haben wir, äh, ja. Es sind viele Feinkräfte und fettes Fahrzeug mit MG. Wenn ihr rechts umlaufen. Wir befinden uns auf der Karte Marker Prosibravo mit, äh, Janik. Zu dritt jetzt hier. Könnten von hier aus weiter vorrücken. Fahrzeugkontakt, Audio. Janik? Ja. Wir haben in Richtung Süden eine Zwei-Mann-Patrouille. Die ist rechts weit weg, nur dass wir das ein bisschen weghalten. Ja, okay. Tom, wo bist du? Ah ja, da ganz hinten. Erkannt. Börser, Börser. Ich gucke gerade. Börser schlägen, aber. Ähm, man bewegt, nein. Boah, erst mal, äh, nimmst du? Ja, ich schläge mich genau. Jungs in Bewegung, bleib nach rechts ausweichen. Wir werden rechts weiter vorrücken. Felpin, bist du noch ganz? Ich bin ins Gefahr geflitten. Ich schläge auf. Durch, 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 durch. Haben die den Kontakt auf den Hügel da im Blick? Die Taschenlampe. Die sind vier zwei in den Pferde, alles gut. Ja, genau. Okay, der Attack ist direkt woanders. Äh, aber Gunner ist aufgeschaltet. Der schlägt nur durch die Gegend. Ich fahre nach. Also, die Jungs, da vorne waren die, da vorne waren die dicken Techies. Der hat da vorne so nicht Bewegung. Oh, oh. Ich lad nach, ich lad nach. Der kommt auf uns zu, oder? Ja, doch, der, der Gun ist noch aktiv, Gun ist noch aktiv. Haben wir einen Techie close mit, äh, Gun, mit Gun? Ja, ja, ich bin weg, ich bin weg, du kannst schießen, du kannst schießen. Wir schalten aus. Wir waren direkt da hinten, aber anscheinend ist es hinten nicht. Konnten nicht ausschalten. Wir mussten, wir waren direkt da hinten. Okay, wir treten uns zurück, Jungs. Ja. Ja, lass woanders probieren. Okay, wir treten uns zurück, müssen außerhalb der Mauer. Haben wir keine Chance, weiter durchzukommen. Wir werden jetzt versuchen, innerhalb der Mauer weiter vorzurücken. Gerade wieder da, wurde ausgefallen. Thomas, ausgefallen. Mark, wir gehen hier hinten rum. Metal, Leute, wie sieht's aus? Georg. Wir kriegen hier auch rausgefallen, also Alpha hat gerade richtig auf der rechten Seite. Ja, Bravo ist noch, äh, vollständig, aber wir sind ja festgenagelt. Versuchen gerade, äh, fein zu flankieren und irgendwie zu euch durchzustoßen. Audio Kontakt zu Fahrzeug. Ja, da oben auf dem, da rechts, da ist, da läuft einer. Das sind die, das sind die. Nein, guck mal, mach 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 mal. Position ist denn hier, oder? Volt, ließ. Ja, positiv. Was sagst du, Mark? Kontakt auf, keine Ahnung, was ist das? Was für Later? Ah, da. Hürt sich oder sowas. Ja, da, da, wo es hingeht. Da ist einer, direkt hinterm Busch. Vollsetzt einfach rein. Alter, was ist hier mit dem Lichtfluss? Okay, wir gehen ins Gebäude. Alter. Ich gehe um die Ecke, ich komme wieder. Wir kriegen Kontakt von rechts hinter uns ein. Verstanden, wir helfen mal. Wir sehen, wohin schiezen. Achtung, das muss halt wo Klaus sein. Ja, das ist weiterkommt. Schütze ausgeschaltet. Ja, Markdown. Fahrer, leg noch. Fahrer ausgeschaltet. Kopfschuss. So, wie ist jetzt der Start? Wir haben Georg einen Ausfall. Ich glaube, Tom kümmert sich gerade drum. Wie sieht es bei Bravo aus? Mark Ausfall. Melvin ist gerade auf Toilette. Schade. Da hat er da schön in den Tor so reinbewegst. Ich habe ja noch weiter einen Fahrzeugkontakt, glaube ich. Zumindest Gehäuse aufklären. Bitte. Ja, irgendein Fahrzeugkurs hier noch rum. Ich glaube, wir haben gerade die Kanada ausgeschaltet. Ja, ich habe es erkannt. Das ist auf unserer Seite. Melvin, löst du mal Bank und von Mark ab. Wenn ihr wieder steht, äh, Fahrzeug, macht da irgendein Turnaround. Kommt in unten Richtung. Ich kann aber nicht erkennen, ob der Schütze da noch bewegt. Nee, der Schütze ist ausgeschaltet. Der Schütze ist da noch noch Fahrer aktiv. Liegt da oben den Kartoffelsack. Ach, ist dein Arm auch noch kapiert. Ich mache gerade mal das im Arm. Sollte die letzte sein. Okay, bravo. Wie sieht es aus? Jetzt überrochen wir euch eben nach. Äh, Mark ist sofort wieder da. Verstanden. Wenn ihr wieder da seid, kommt jetzt zu uns an den Hügel. Wir werden von hier oben erstmal gleich rüberlonsen und die ganzen Fallen. Ich soll auch noch eine HLW machen. Jawohl, ich gebe EP. Pumpen. Okay, mal Kopf einziehen. Der Watt einfach komplett, dass sein ganzer Tor so kopfzerlöschert von 50er. Der Mark hat relativ viel Blut verloren mittlerweile. Der bräuchte gleich mal Blut von Maddy. Check. Also HLW ist durch. Noch mal eine. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Mark, steh auf! Beten. Wir haben ein kleines Problem. Mark wacht nicht auf. Ja, wir schicken Maddy rüber. Unsere Gebete wurden nicht erhört. Gib dir mal ein Lichtignal. Wollte Dach. Schön gekocht. Er hat doch die falsche Religion gewählt, ne? Ja. Yo. Ja, mach mal irgendwas. Wir haben schon gebetet. Zuala. Gott. Er hat noch eine Blutung. Die hier noch gar nicht angeboten. Nee, bei mir. Bei mir hat er nix. Bei mir ist er Blumen. Warte. Bei mir auch. Ja, bei mir hat er hier. Okay, dann ist wahrscheinlich ein Bug. Ja. Dies, deswegen brauchen wir manchmal einfach einen Profi. Ja, ja. Wenn Leute von Bravo zu uns kommen könnten, ich stehe mir zu zweit, dass ich mich exposed auf dem Berg. Markiert mal eure Position auf dem Laser. Ich hab Strom. Ah ja, wir sind 20 Meter hinter euch. Kommen wir von hinten. Gerade. Da laufen noch zwei Taschen. Da ist noch eine links oder eine? Entrand. Außerschaltet. Da ist noch einer. Da ist noch einer auf dem Link. Da ist der Fläche markiert. Da war nicht. Da war ich. Da ist noch etwas schwer. Okay. Dazu geht's nur noch zur Linken. MG, du kannst den rausnehmen, wenn du es geht, ja? Ja. Vorne offen sein. Die Scheibe von dem. Okay, wir haben ein kleines Problem. Der Mark ist wohl am buggen. Könnte Tom oder so den Eimer kurz hochziehen. Mit Gottes Kraft. Warte mal, das ist da wieder. Ich würde das mal schon machen. Wo? Okay. Das leuchtende? Ja, vielleicht ist aber auch von dem Body hier, was so rausstrahlt. Bravo, rückt nach. Ach du Scheiße. So, hier rein. Bravo, gleich mit zum. Ach, yo. Ja, ich bin hier rein. Ich bin gut, das ist da. Ich brauche dir. Pressure Max reinladen. Okay, ich mache links, du gehst rechts rüber, ja? Ja. Ich glaube, ohne Nightwifel, ich kann es auch machen. Ja. Ja. Okay, ich bin sicher den nächsten raus. Wurde Fernglassen aufstellen. Ja, N und B liegen halt naheinander. Hilfe hier im Gang. Ich komme auf. Raum sicher. Seit wann haben die in Afghanistan solche LED-Camping-Lichter, ey? Ich denke mal nicht, dass sie so teuer sind. Ich dachte, die hätten nur Petroleum dann. Ach du Scheiße. Ausfall. Die Seite hinten an mir und die mal weg erst mal. Die Lichter. Ja. Alles klar. Seid ihr hinter mir? Kann ich weiter vor? Wir haben zwei Ausfallehrenden. Geht mal nicht so weit vorne. Geht, Scherner. Kannst du kurz zurückkommen? Verstanden. Ich sicher den Gang runter als MG. Jawohl. Ganz im Schritt vorgehen, dann stehe ich links in den Raum fahren. Ich sicher Gang. Ai, ai, ai. Dumme Idee. Was? Viele? Granate. Warte, ich kann eine Granate reinwerfen. Granate. Aber ich weiß nicht, was ist das? Irgendwas geiles gebaut. Das ist ein Flieger. Granate raus. Zieh den Kopf rein. Wir haben hier eine Tür geöffnet. Ich habe eine Blättergranate. Das ist ein riesiger Raum. Wir müssen die Tür irgendwie zu kriegen. Warte. Ich habe eine Blättergranate trotzdem jetzt. Okay. Okay, wir lassen die Tür zu. Okay, verstanden. Ich komme, ob ich um ihn sicher bin. Fahrt zurück. An alle anderen. Wir haben hier links in der Mitte ein riesiges Lagerraum. Da sieht aus, dass hätte hier irgendein Trainingsbereich gebaut. Sah aus wie ein Flugzeug oder was auch immer. Aber es ist ein riesiger Raum. Sehen wir vorsichtig. Ich habe die Tür mit einem roten X gesprayt. Die bitte nicht öffnen. Die Tür öffnen? Geht wieder unten. Ektar, Ektar. Ich bin Arzt. Auf dem Weg. Ich bin Arzt. Der MG braucht nur noch AP. Alles klar. Überspringen mal. Tür rechts muss noch gesichert werden. Ich gehe weiter vor. Machst du das gleich, Ton? Ich bin der was? Rechts den Raum gleich sicher. Alles klar. Ich bin die Dunkelheit. Die das Morphil, das kannst du dir selbst verabreichen, denke ich mal. Alles musst du selber machen. Ich mache die Tür neben dir auf. Also die Hangar-Tür, das ist auf jeden Fall krebs. Ich finde, Roland, alle noch mal Tür mit links markiert. Nicht öffnen. Alles bei Übernehmer. Ich bin hinter euch. Das ist dann auch eine Hangar-Tür, ne? Okay, sicher? Ja. Jetzt müssen wir einfach diese Funktion mit dem Bang & Clear nutzen. Das ist ja auch lustig. Ich mache auf. Seit ihr dran. Drei, zwei, eins. Sicher? Ja. Wir sind fast am Ende des Gangs angekommen. Soweit alles sicher? Das war knapp as fuck. Aber ich muss auch meinen Arm ein bisschen flicken. Ja. Jetzt gehen wir mal nicht vorbei. Was war das denn, ey? Ja, du hast die Tür massiert. Okay, ich habe einen kompletten Gang hier gesichert. Ich komme jetzt auf der anderen Seite wieder aufs Flugfeld raus. Ich habe einen AA gesichtet. Was ist mit dem Hangar? Hangar können wir zusammensichern. Das haben wir noch nicht gemacht. Machen wir das. Können wir auf uns zwei Seiten hängen? Ja, wir haben einen Seiten-Eingänge und einen Front-Eingang. Durch einen Eingang, so kommen wir vielleicht ein bisschen kritisch. Wir machen einen Seiten-Eingang. Wir geben von hinten von der zweiten Hangar-Tür. Das ist ein geiler Fall. Okay, Jungs, dann wollen wir einfach weit zu der anderen Seite gehen, oder was? Ich auch. Ja, ihr geht von rechts. Okay, ihr geht von rechts. Ich suche von vorne. Ihr geht von rechts, oder? Dann müssen wir aber mal raus, ne? Das ist sehr blöd. Äh. Habt ihr da keine Seitentür? Nein. Okay, verstanden. Das sind Seitenfenster. Boah, guck mal. Okay, wir können nicht rechts, wir sind direkt beschossen. Gut, dann kannst du uns von der zweiten Tür links von uns. Okay, ist gesichert, wir gehen noch rechts. Alle raus, alle raus. Ja. Hinter euch. Ist das da Afghan Airline? Hier können wir auch schon einen Hangar rein, ne? Durch die Tür hier. Ja, Marc. Wir können hier rein. Eins zurück. Wenn ihr hier rein könnt. Ja. Ja. Sicher, Kontakt zu euch. Wo seid ihr? Ah ja, da. Achtung, sichert mal oben. Ich geh hoch. Sicher mal oben bitte den Catwalk und diesen einen Raum, da wollen wir als Wege in dieses Flugzeug oder was es halt so. Der ist gleich tot. Fuck dich mal, Jan. Oberdeck gesichert. Mal da auch schon bei mir notwendig, keine mehr. Ich komme zu dir, Marc. Der ist ausgefallen, oder? Ne, ne, der hat gerade gesagt, wir brauchen Vanasen. Achso, wo ist er? Ich sag mal. Ich komme jetzt zuzeugen. Wir sind gerade rausgegangen. Wir sind jetzt unter der Flugzeuge. Wir haben jemanden dabei schönes. Lass dich von Medic befallen. Fuck ah. Kann ich auch nix einstecken? Nein. Aber ich versuche halt so viel Haushalt zu können wie ich, dass ihr halt auch ein bisschen trotzdem selber was verbraucht, damit ihr später halt nicht mehr... Naja, ich bin leer am Kontauschen, also ich kann nichts looten. Achso. Ja okay, dann... Ich guck mal, ob ich vielleicht irgendwie feine Püle in den Karten vielleicht haben wir Glück. Hast du dein... Den Rucksack? Ne, man kann ja nichts looten. Ich hab schon gekocht. Alles gut. Ziemlicher Spaß bei der... Gucken, dass wir das Fahrzeug rausnehmen. Dann holen wir den Heli gleich, wenn wir die AA... Ihr habt irgendwas von der AA erzählt, oder? Melvin hat die aufgeklärt. Melvin, was war mit der AA? Wir müssen die vielleicht aufklären und ausschalten, bevor wir den Elitivert reinholen. Jawohl, folgt mir. Das ist ein guter Gedankensatz. Bei dir? Dort. Auf 230. Wille? Ich hab ein paar Pandalen gesnackt von irgendwelchen. Ah, Leiche. War wo hier? Bekämpf doch. Bekämpf doch. Ich hab definitiv ne Rakete voll reingeschickt, aber es hat nichts gebracht. Ja. Wir sind ja noch das Flugzeug hier. Ja. Die sind auch geschlossen. Natürlich. Äh, mal MG und noch ne 416 hoch auf den Tower gehen. Ja. Und oben ein bisschen checken, ob hier alles frei ist. Ich hol halt schon mal den Elitivert rein. Der wird dann erstmal über uns hovern und dann werden wir gucken, ob der Beschluss bringt. Schuss. Rechts. Rechts. Rechts ist der Hangar. Schöning Status. Ich lebe noch. Aber oben ist ziemlich scheiß. Fahrzeug kommen. Ja, das ist der Techie ohne Gunner. Der fährt hier rum. Keine Gefahr. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Den Kopfschutz kannst du keinem erzählen. Ja. Schöning Status. Mark, lass mal nachziehen. Den hält. Schöning. Ich glaub, Schöning zerwischt oben. Warte, 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 warte. Bevor wir den Medic verleben, wir müssen den Fein erstmal ausschalten. Ich hab' den da rausgeschneidert. Ich hab' den da rausgeschneidert. Der Part ist oder so. Ja, aber das ist schon schon bekannt. Der war los, aber genau anders. Ich hab' den da rausgeschneidert. Okay. Du wofür muss ihn entlegen? Ich kenn kurz auch, die sind ja abgelenkt jetzt. Ja. Komm, 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 komm. Warum schwebt der, wo ich? Ja. Thomas? Hä? Sollen wir ihn jetzt holen, oder nicht? Ja, er ist abgelenkt, der ist ja. Wo ist er, wo ist er, hast du ihn? Hilfen wir uns ein bisschen läutern. Hier, liegt er drin, liegt er drin. Okay, dann hast du verstanden. Verschlussaufsichtzieher, holt hier den Cernik und dann kommen wir runter, setzen wir auf und dann abfahren. Jawoll. Wir kommen jetzt runter. Ist der Einsatz bereit oder die Schäfer? Negativ, wir tragen ihn runter, dann kommen wir uns unten um ihn. Verstanden, verstanden. Wohin? Von dem Tanki werden wir auch noch beschossen. Hier, bei dem Tanki, der vom Hangar steht. Legst du ihn wieder mal hin? Ja. Markus vom Weg, oder? Ja, ich bin schon. Okay, wir haben unseren Heli verloren. Gegenüber vom Flugfeld hat er ziemlich viel Beschuss reingekommen, da wo so ein Tanki, HMG glaube ich... Ja, das sichern wir, das sichern wir noch. Wo ist, wo ist denn der? Unten. So. Achso, der wird schon behandelt. Achso, der kommt Fahrzeug. Okay, da raus. Wir kommen unten, wo ist noch mal sicher? Gegenüber, da wo das Fahrzeug gerade hinfährt. Da hat er gerade noch nicht zum Beschuss reingekommen. Da hat dich einer ausgeschaltet. Ja, da sind noch mehrere. Rücken gerade noch zu. Mark kommst du hin? Ah, die Dunkelheit, danke dir. Bitte, bitte. Junge ey, einfach ein Huren, so ein Scharschütze. Auf der anderen Seite der Map. Du hast richtig für das Gesicht voraus die Kugel gefressen ey. Okay. MG ist wieder ansatzbereit. Ja, dann mach mal das Fahrzeug leer. Ja. Alles, aus. Perfekt. Wir kommen wieder los. Ich stell dich dir immer gerade vor das Flugzeug für ein Screenshot. Viel angenehmer. Ja. Ja, noch weiter zu mir. Zu mir. Zu mir gehen. Hoffe ich so, hoffe ich so. Stehen bleiben. Okay, passt weiter. So viel Zeit muss sein. Okay. Fahrt mal gerade in die Richtung dort hinten hinter dem Hangar links. Und schaltet mal die Typen dann aus, wenn der hier neue Heli reinkommt. Achtung weg vom Fahrzeug bleiben Jungs. Wir bleiben hier kurz bei den anderen. Neue Heli müsste eigentlich einsatzbereit sein. Dann holen wir dann wieder vorne hin. Und die kümmern sich gerade um die Feinde, die dort hinten auf den Heli geschossen sind. Ja ja. Die AA hat natürlich keine blockierten Slots. Ich bekam da von einem Scharfschutz einen Kopfschuss, da wo du mit dem Laser hinleuchtest. Aber ultra weit weg. Keine Ahnung. Okay, also ich seh jetzt keine Feinde von hier. Ja, die sind hinter dem Hügel. Hinter dem Damm. Der hat ne gute Haltung, ey. Der ist wirklich in Würde abgetreten. Ach komm schon. Genau dort wo ich hinlese, ist ne Taschenlaube. Ich hör den Heli auf jeden Fall. Alter. Ah jetzt. Achtung unser Heli. Aha. Oh mein Gott. Scheiße. Ich war gerüstet. Aus, 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 aus. Ja, RBG von rechts. Ich werde euch doch so scheiße gehen. Ich werde das Auge fallen. Komm, komm, komm. Alles gut, alles gut, alles gut. RBG-Kamera von rechts. Wird zum Land예in von rechts in dort. Sehr beschädigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jemand, der es gemütlich macht. Thomas? Bist du müde oder was? Brauchst du eine Pause? Ja, sitzt mal auf Jungs, wir fahren weiter, so wie eingezeichnet, und setzen an dem Punkt an wo der Pfeiler landet. Braucht jetzt hier nicht, du willst eine Schildkröte machen. Ja, schön, dass das hier vorne wieder ist. Toll, ne? Man sieht fast was. Hehehe. So, wer stöhnt hier schon wieder? Boah, mit Nacht sich sieht man ja grad richtig viel. Als euer persönlicher Hausarzt halte ich euch dazu an, regelmäßig eure Gesundheit zu überprüfen. So, damit auch jeder weiß, dass wir jetzt mit dem Fick abkommen. Ich seh halt nix. Nee, 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 nee. Ich bin, ich bin Oberluke, ich kann ja sagen, geradeaus. Ja, halten. Baum rechts umfahren. Baum rechts umfahren. Alles frei. Achtung, zur Linken. Ich werd hier anhalten. Ich werd hier anhalten. Kontakt, Kontakt. Genau voraus. Ja, Nahbereich. Zweier Partei wohl, ja. Aus, aussteigen, aussteigen. Ab sind sie denn schon dran. Die sind sehr nah dran. Richtig zum Fahrzeug an die Bäume. Bisschen aufteilen. Wir haben unten links auch Kontakt. Versuchen sie so viel Aufmerksamkeit zu erringen. Ähm. Wir sind am liebsten runter von dem Berg, man. Das ist hier gerade ein bisschen zu viel. Ja, Jungs, wir gehen links runter dem Berg. Wir tasten uns langsam runter von, äh, Baum zu Baum. Nehmen links unten noch diesen Kontakt da den Compound raus, das am wenigsten ebenerdig sind. Ich will nicht für erhöht sein. Die haben höhere Feuerkraft. Sehen uns zwar nicht, aber haben höhere Feuerkraft. Ein HMG und wir sind alle zerwichst. Da sind so richtig viele. Hoffen wir Ameisen. Markus, bitte mit dem Fernglas vor. Nice. Hey, das Fernglas wird so unterschätzt in diesem Game. Ich glaube ich alle um. Zwei Schützen voraus. Ihr wisst alle nur nicht, die man mit dem Fernglas richtig kennt. Links Decky, links Decky, ja. Ausgeschaltet. Na ja, HMG. Na ja, ich wisse. Ja. Ab 10.30 Uhr setzen die Wortfindungsstörungen. Also wir kommen jetzt langsam an die 45 Minuten ran, gell? Also... Ok, viel Kontakte. Aber jetzt aber noch ein HMG voraus. Wird laser markiert. Kann das jemand ausschalten? Oh, Jesus. Wir haben im Nahbereich, haben wir einen Lug. Ok, irgendwie ausgeschaltet. Unter der Mauer. Alter ist alles voll. Ok, ich muss Waffe wechseln. Ok, 3, 4. Oh, da kann man auch so zu. HMG, wo ich gerade laser. Hier. Kann da irgendwann mal mit dem Präzisionsschuss da mal... ... ... ... ... ... Oh, komm lad, schneller lad! Ich übernehme. Links Ausfall von mir, Melvin down. Ok, Links Ausfall, Melvin. Ok, yo. Keine Sorge. Papa ist da. Äh, Schütze ist auch hier unten im Fenster. HMG, ausgeschaltet. Schütze, Linze. Schalt mit dem Klima bitte hier. Äh, auf das Gebäude. Unten an der Mauer ist auch noch einer. Sicher war hier unten. Ah. Ist ausgeschaltet. Schütze noch oben rechts in dem Gebäude. Da war auch noch ne Taschenlampe. Und links hier auch noch an dem 2. Also hier im ersten Geschoss bei dem Doppelstücking. Hast du Doppelstücking? Ja, ja, hier links neben uns. Das ist ein Starling. Will ich gleich mal nehmen als Durchhand? Kleine Deckung. Ah, ja. Hier ist es irgendwie. Rocket. Sorry. Achtung, aus dem Fenster oben links. Geh rein. Tom. Ja. Ähm. Lead ist ausgefallen. Aber wir kommen ran. Er ist wieder da. Oben links im gegenüberliegenden Gebäude mit Laser und Rauch markiert. Rauch vom Pfeil. Bist du drüber rausgefallen? Nein, Pfeil. Ich würde sagen, wir gehen gegenüber rein, Mark. Mark bleiben. Jawohl. Was ist? Ich würde sagen, wir gehen rüber. Ist gerade die Smoke. Boah. Oh, ich sehe das Problem. Schau mal, bin ich verletzt? Ah, ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Ich muss gerade noch mal agieren. Äh, der Schild ist immer noch aktiv oben in dem Fenster. Der liegt da. Äh, ich glaube, ich habe ihn noch bekämpft. Ne, ne, ne. Der liegt da. Also, ich habe gerade den Auto durch die Taschen abgedreht. Wisse, aber die fette Smoke fällt. Ah, mir Luft ab. Oder Artel, hätte ich besser gesagt. Äh, sieht aus wie so ein High-Maß. Der Talibs. Hm. Hm. Ich bin ein... Warum müssen wir hier gerade selber verbinden? Ja, ich habe dich doch gefragt zweimal, oder? Okay, ich muss doch... Ich bin doch nur Medic, Mann. Ich muss nur meine scheiß Arbeit zu machen. Ich bin doch nicht so ein... 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 Boah, Achtung. Franky sieht man im Haus? Oben im Haus? Boah, hier oben im Gebäude ist auf jeden Fall einer. Gute Schlappe durch. Also, Taliban High-Maß hast du nicht zu wenig oder zu viel versprochen. Ja, so ein... Statusberg. Alles gut. Alles klar. Ne, verstanden. Äh, unten im Com-Port. Also, hinter dem Com-Port ist nur so ein kleiner Bungalow, da ist noch einer drin. Und bei dem anderen doppelstückigen Gebäude. So, mal. Guckt unten. Oh, das ging knapp über den Kopf. Naja. Das war... Das war hier in die Mauer ran. Ich mach das Feuer. Auf dem Feld bei euch. Ist ausgeschaltet. Ich bin leer, Jungs. Ich bin leer. Ich bin auch leer. Hat jemand noch M4 oder HK416? Sie, Senior. Ja. Okay. Ich komm mal da in das Haus. Ja. Ich bin bei Alpha. Wo ist Alpha gerade? Und... Und... Äh... Ich hab' einen Laser. Nur die Luft. Ah, okay. Mark, komm. Wo bist du? Äh, warte mal bei euch. Für den Laser ist im Hinterhof einer. Also, ich bin hier. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Ayo, Mark. Wo bist du, Maven? Ich komm' jetzt runter. Ich dachte, wir wär's noch... Da steht noch einer, glaube ich, im Hinterhof. Ich komm zu dir rein. Ja, da steht noch einer im Hinterhof. Komm mal bitte. Nach der Frau, wo bei euch im Hinterhof steht noch einer. Da oben, da ist es Schernig. Ja. Hinter der Wand liegt hier einer. Der scheint, glaube ich, hier an dem Kapuf zu sein. Also, ich bin ready. Ich zieh... Ich weiß nicht, ob ich ihn hab. Ich zieh noch mal raus. Ja, haben. Jetzt ist hier aber gut versteckt, ey. Okay, sollen wir hochziehen? Rechts ist hier in der Tasche, die ganze. Kürzen hier vorne. Kürzen hier, Mark. Ich weiß nicht, wir gehen hier gleich durch. Mark, komm, wo bist du? Ich bin hier links in das Haus, was ich jetzt. Dann geht's nicht. Amen. Ist immer noch nicht in der Tasche. Ich bin hier links in der Tasche. Ich erinnere mich auf den Taschen. Wir gehen mal ein bisschen links. Wahh. Alter ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Da drin ist Kontakt auf jeden Fall. Ich smock den Eingang, dann kann man auch rausziehen. Ich komme. Ich habe nur eines. Ganz schlecht. Mager, der ist Rednick, der macht die Grenzendaten hier einfach platt. Vorsicht. Jo, was war das? Vom Sterner-Partner. Gut. Uhhh. Sicher. Gut. Raus. Gehen in den starken Möchtete gewonnen. Oh, das sieht gut aus. Apgys gefunden, Waffen gefunden. Geld. Gula gefunden. Amerikanische Donner-Funkgerät. Laptop und Funkgerät gesichert. Gut, hier geht's noch weiter. Gar nix für mich. Wir sahen uns hier am Tor. Ja. Da. 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 Oh, der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der nicht. Das war's. Der nicht. Das war's. Der nicht. Ich leuchte die Bude. Ich guck nach links. Der nicht. Der nicht. Ich hätte nur eine Flasch, ne? Ausgeschlagen, ich gehe rein Ja, genau hinten Da hieß es ja mit Dings gar nicht Wann haben wir so ne Gebäude drin, Alter? Alpha sichert, haupt, haupt! Achtung, liegt noch ein Taschenabendung auf Achtung Ben, geradezu ausgeschaltet, vielleicht noch ausgeschaltet? Ja, rechts vernichtet Geh, gehen rein Ah, da ist doch ein Kopf Wir haben Leiter hier oben, können wir einsetzen Da ist ein Kopf der gerade persönlich schaut, ich weiß aber nicht Ah, das ist ein Feind Das ist einer, der bewaffnet ist Ja Ich kann auch ne Stun reinwerfen Ne, der erste ist vernichtet Aber wir können noch mehr drin sein Ja, da ist noch ne Taschenlampe Also wenn ihr hochklettert, ich kann auch ne Stun reinwerfen Boah, Breacher, bitte Hoffentlich kriegst du so roten Headshot Hoffentlich kriegst du noch nicht Ich hab ne Stun Ich hab ne Stun, ich kann die werfen Ich hab auch noch ne Stun, aber ich bin scheiße Dann raus, los Sauber Habt ihr gesmoked? Ich seh gar nichts mehr Wer hat den gesmoked? Ne, also meins war So ne Flash Mach einfach Champions Mach einfach Champions Profis, Alter Ok, ich schmeiße Termline Dann siehst du auch was da drin ist So, ok Na dann, hat mich gefreut Hast sie einfach froh Hehehe Amateure, Alter, ey Wieso, wie so afghanische Counter-Insurgents Ne, Achmet, du hast du Fleisch Ich dachte, du hast Bock Du hast Bock gesagt Ich geh weiter rein Ist doch so gut Ist doch gut Na, kann ich dir gar nichts, Alter Achtung, eventuell gefangen ist Ich geh rechts durch Ich geh rechts durch Verraten Ich geh r- Äh, hier ist links ein Durchgang Ich geh hoch Er war rechts Ich geh links rum Man zieht du das mal Ich geh nochmal links rum Ich geh jetzt runter ins Basement Ich spielte Elektroner Fein vernichtet Jungs, die haben Mobiltelefonen Weiß nicht, Acht, Acht Wieder da, wieder da Wieder da, wieder da Links den, links den, links den Gang hoch Ich bin unten am Keller Ich warte auf mich Hab hier einen, der sich ergibt, äh Wirklich festgenommen Hier Dann nehmen wir noch fest Okay, ich hatte gerade eben auf ihn geschossen, als wir reingegangen sind Also, ich hab ihn, glaube ich, vorher schon getötet Oh, hier, hier, hier Hier, hier, hier Ein weiterer Teil ist, oder? Dach ist clear, Dach ist clear Dach ist clear, Dach ist clear Komm, mach mal vor, du von dem Re Okay Ja, die Tür ist offen, aber die Wand ist irgendwie, kann ich nicht durchschießen bei der Tür, ist irgendwie verwackt, keine Ahnung Unten am Keller Ja Also, Schleswig Siehste, da ist einer, da, aber, da ist ne unsichtbare Wand Passiert nix Einmal füllen, Autorust Geh mal weiter, ich Nichts gerüstet, sorry Hast du noch ne Tür? Ähm Ich hab gar keine Sonne, aber schon Ich habe gar keine Sonne, aber schon Warte, Jungs Warte, Jungs Verteilen, die Räumen sind halt ganz sicher Richtig viele Daten Weil die Tür wieder öffnet Hallo Hier wieder öffnet Hier gehts nicht, äh, los weiter Sauber Sauber, haben's Achts sicher ist Haben was Sicher? Hahaha Ich hab den Container gerade nicht drauf gemacht, aber der geht nicht auf Da rückt euch Den ganzen Komponkel sicher? Nein Ja, normal müsste nämlich sonst so ein Xboxer schießen kommen, oder? Ja 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 Können wir hierher rein giveA Was? Oder was auch immer da war, mit der Hundezwinge Hast du ein Rechtskontor vorne sein? Natürlich kann man nicht an die Luft abführen Haben wir einen Tunnel gefunden Wo? Hier, Manovation, ich bin kein Laser Soll ich ran? Tunnel Hier ran Ich gehe als letztes Das ist gut als Maddox Nachts sieht es aus, wir warten auf die anderen, gehen bis wir erfordern Und der hat Schmerzen, wir haben auch mal gerade reingeführt Ja, ich bin chronisch unter Schmerzen Mit Nachtsicht sehe ich nichts, ich habe keinen Taschenlamper in der Shotgun Ich bin der Taschenlamper Hat jemand Marker zum Taschenlamper? Marker doch Okay Ich gehe auf den Weg Mein Stern Alter Junge Alter, was ist das hier für'n Sicario-Scheiß, Alter? Alter, zum Junge Leg mir mal auf Was ist das hier für ein Feuer? Was ist das hier für ein Feuer? Weil ich da fast reinmarschiert werde Nee, nee Alles Okay Links Tür Achtung, Mark zurück Ich glaube die Tür öffne Beide weggeblassen Ich gehe nicht rein in die Tür öffne Da sind äh Bio-Waffen-Fässer Äh, spiel wieder zu Jawohl Da ist Corona 2 und The Dark Void Äh, da ist er Eheh, da ist er Wo ist es für euch? Eheh, Mark, ey Eheh, Mark, ey Oh, okay Ich kündige uns auch noch ein bisschen an oder so Ich habe keinen Schemler als meiner, super Ach so Rechts Ach so Ich bin rechts Mark, sollen wir rechts rum gehen? Ja, ja. Bravo geht rechts lang. Einfach links. Jo, Info an alle. Achtet vor allem darauf, wenn ihr in die Räume reingeht. Also am besten nicht in die Räume reingehen. Dann kann außen immer mehr sichern bleiben. Der Boden ist irgendwie ein bisschen verpackt. Ja. Rechts sichern. Links ist sauber. So weit. Also nur hier im Tunnel bleiben am besten. Ja. Dann gehen wir zum Raubomit. Tür öffnet sich hier nicht. Tür öffnet sich nicht, Tom. Schlüsseldienst rufen. Vielleicht kann man sich da durchzwecken. Moment. Jetzt kommt gleich so ein polnischer Schlüsseldienst. Ey, wir sind da in Polen. Wieso kriegen wir die Tür nicht auf? Ah, das ist das immer besser. So geht das durchs Fenster. Ah, ja. Achtung, da kann man stürzen. Achtung. Die Tür ist nicht. Ich bin da in Polen. 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 ich schnapp ihn mir mal wenn du dran kommst pass auf das könnte jetzt ein bisschen risky ich versuche einfach vollaut da vorbeizutzen perfekt alles klar ich schnappe ihn mir mal altes Haus wir schmeißen uns halt in die Dunkelheit hinein ja einfach in die Void ha ahja hier voll ins Gesicht ey 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 ist die jetzt auch zu? ne die geht auch ok also jetzt rechte ich sogar nur mit mexikanern wenn das alles möglich ohne Fall ist man dass die Siegler so richtig nach menschen und lykaischen gehört immer nur diese melvins vereinzelte Schrotflinte des Todes der Seelenfänger der Seelenfänger wer schießt damit zum Schweineschrot ok Shotgun leer Junge du pumpst dich hier durch die ganze Scheiße du machst nix aus ja sieht gut aus ich geh da nicht rein Thomas noch da? leider wurde zusammen gepflegt ja Thomas stattdessen Thomas Thomas Info für dich ich hab den Zeug insoweit immer vermint kann ich mir das Haus gleich entsprengen ja ja was uns da bloß erwertet was uns da bloß erwertet ein Schneemann ein Schneemann ist er nicht ok Jungs oder so ein einfach so ein Traktor steht dahinter weißt du? oh nein jump and run was ist das denn? das ist das ist Endgame also ich hab dir immer schon gesagt ich vergib zur Schwierigkeit eigentlich keine 10 von 10 alter der Mann hat nur Angst vor Gott soll es gehen Tom oder nicht? ne ne warte das passt schon ciao soll wir gehen? ne er springt ja Digga also wer als nächster? ist das so wie Squid Game? ne 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 ich ich pass mal nicht die Pirates einfach raus zu ja da sehn ihr auch wo der Ausgang ist einfach komplett die Gruppe spielerzähne oder die ich werde jetzt auf den Ausgang zu gehen ne geh mal beiseite ich spring jetzt einfach für Deutschland ja ok ich hab jetzt fast geschäft Schauen wir mal hin. Ich glaube, Chining hat sich umgebracht. Jo. Ja, hier wären wir rausgekommen, ne? Das ist dein. Ja, das ist eins. Da hat sich noch was geschahen dahinter. Ja. Okay, Thomas, wir können uns dann den Dings buchen. Den Dingerkegel. Ist einer, wo wir sind? Nächsten Polen. Komm, da habe ich bei dir. Markiert. Geht mal weg vom Tunnel-Eingang. Mark, du rätst gerade auf den Tunnel zu. Sprengung. Boi. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Alter Schwede. Geht mal weg vom Tunnel. Hättest du auch sagen können, dass du halt für eine Atombombe zündest. Was ist das? Was haben die Leute denn da drin gehabt? Keine Ahnung. Der ist Sprengmeister. Vier Meter sollen reichen. Also der Polenböller hat in Deutschland aber keine Zulassung gehabt. Hey, ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Oh, Gas. Jetzt holen können. Die Mission ist doch nicht vorbei. Ich hab's nicht dabei. Ich hab's nicht dabei. Ich hab's nicht dabei. Alter, du bist am Ende seiner Hacker gesetzt. Ich hab's nicht dabei. Junge Alter, was war denn da los? 48. Fucking Schützen hingerichtet. Oh, ich hab gar nicht geguckt. Ich hätte gerne gesehen, was war eine Shotgun. Geil, oder? Alter, die ist so krass. Huh. Immer einen Schuss und dann das Schweigen. Ja, dann los. Also ich fand House Breacher am Ende...